Musik Wir veranstalten das Kulinarium auch, um unser vielfältiges Weinsortiment, Prosecco-Sortiment, Champagner-Sortiment unseren Kunden aus der Gastronomie zu präsentieren und auch gleichzeitig die Idee mitgeben, was man mit so einem tollen Getränkesortiment auch kreatives Anstellen kann, nämlich zu den tollen Speisen, die drei Haubenköche aus dem Zillertal zubereitet haben und zu jedem Gericht gibt es einen genau passenden Stillwein, einen genau passenden Schaumwein, egal ob jetzt Prosecco, Winzersekt oder Champagner und natürlich die genau passende Bierspezialität. Und ich bin sehr froh als Brauereivertreter, dass das Bier mindestens gleichguss schmeckt wie der Stillwein und die Schaumweine zu den einzelnen Speisen. Schaumweiner Untertitelung des ZDF, 2020